Ich bin bereit der Eintracht zu helfen. Ich werde mich so schnell wie möglich einfinden und hoffentlich gute Spiele zeigen. Gewaltiger, ich kenne es ja schon als Gegner. Und jetzt endlich mal da zu spielen als Heimmannschaft ist schon überragend. Ich freue mich schon riesig auf das erste Spiel. Tolle Kulisse und es wird sicher ein erstes überwältigendes Spiel für mich werden. Die Gespräche vor allem mit Adi Hütter, Bruno Hümner, Fredi Bobic waren überragend. Sie haben mich überzeugt, dass jetzt die Eintracht der richtige Schritt ist. Der Weg, was ich jetzt die nächste Zeit machen werde, ich freue mich schon riesig. In den Gesprächen weiß ich, dass sie auf mich zählen werden, dass sie mir brauchen werden und ich werde alles dafür tun, dass ich ihnen weiterhelfen kann, dass ich den ganzen Vereinen weiterhelfen kann. Und ja, ich bin bereit. Ich denke, die ganze deutsche Liga ist ein Highlight. Jetzt bei so einem großen Klub wie Frankfurt zu spielen, ist nochmal ein Highlight mehr und darauf freue ich mich jetzt schon. Ich denke, die Fans sind der größte ausschlaggebende Punkt. Das gibt es in den anderen Ligen nicht so extrem wie hier. Und ja, deswegen spielen wir alle liebend gern Fußball. Und ja, was die Eintracht-Fans machen, da habe ich schon als Gegner einige sehen dürfen. Und jetzt freue ich mich schon, als Spieler von ihnen Gas zu geben und die Atmosphäre zu genießen. Ja, ich war in der Kindheit Stürmer. Von dem her kann ich das, habe ich das drauf. Aber natürlich in erster Linie schaue ich, dass ihnen die Null steht. Und für Standards offensiv bin ich natürlich immer gefährlich und werde auch da zusehen, dass ich das ein oder andere Mal jubeln kann. Ich freue mich wirklich extrem riesig. Das ist wieder eine neue Herausforderung für mich. Und da bin ich mal gespannt, wie schnell ich mich rein finde. Ich habe gehört, die Mannschaft ist extrem lässig. Das wird überhaupt kein Problem werden. Und deswegen freue ich mich schon auf die ersten Kontakte mit den Mitspielern. Und ich werde auch jedes Vertrauen, was ich von der Eintracht oder speziell auch von Adi bekommen habe, zurückgeben. Und so lautet meine Devise jetzt die nächsten Monate. Und dafür bin ich da.